Wir wachen uns ja schon auf dem Rückweg. So, hallo und willkommen. Auf dem Rückweg sind wir. Genau, zurück. Wir sind auf dem Rückweg. Wir haben den... Warte. Wir haben den Flughafen entdeckt. Überraschenderweise. Hast du das nicht aufgenommen? Doch, klar habe ich das aufgenommen. Das hast du schon. Das ist ja quasi nur ein Recapture von dem, was letzte Folge passiert ist, falls jemand die letzte Folge verpasst hat. Also ihr habt verpasst, dass ich gerade eine Taube erschossen habe. Und ihr habt verpasst, dass ich mich beschwert habe, dass ich nicht trinken konnte. Das wollte ja keiner wissen. Nee, eigentlich nicht. Nee. Naja, das sind immer die Mädels. Die denken ja immer, das ganze Leben spielt um sie. Ihr ist schon bewusst, dass Dirk ein Mädchen spielt? Ey, jetzt ist aber Schluss. Jetzt bin ich verwirrt. Ich finde das diskriminierend, was du machst. Genau. Alea. Alea. Ja, war gut. Ich finde das diskriminierend, was du machst. Alea. Ich habe mich getroffen. Das Hohn. Bühnchen. Du getroffen? Nee, du. Meiner ist gerade weggegangen. Soll ich nehmen? Ja, ja. Nehmen. Meiner war drüber. Auf der anderen Seite, wir haben schon 18 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange wir noch unterwegs sein dürfen, um den Rückweg überhaupt noch zeitlich zu schaffen. Ja, wir sind wieder da, woher kommen. Jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hinwollten, glaube ich. Nein. Ich? Nein. 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 Ich habe Angst gehabt gerade. Wir sind ein kleiner Ninja, kann das sein? Hast du gesehen, wie ich immer ausweiche? Ja, das war schon, das war schon heftig. Hast du das gesehen? Ja, ich bin hinweg quasi. Ich weiß noch nicht, was ich bin. Ob ich jetzt hinweg bin? Nein. 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 Genau. Ob ich jetzt hinweg bin oder weg hin? Yippie, ha. Yippie, ha, eh, Schweinebacke. Jetzt mache ich den Kran. Sehr elegant. Alea, du bist ja unser Navigator. Wie lange meinst du, können wir noch looten, bevor wir zurückgehen müssen? Wieso bin ich nur ein Navigator? Okay. Ja, du hast es eben doch mit der Zeit recht gut getroffen. Also von daher... Ja, die hat das berechnet, ne? Ja, eben, deswegen. Ja, was heißt hier berechnet? Deswegen ist sie ab jetzt, der Navigator. Dann lass mich mal navigieren. So, äh, wie lange haben wir letztes Mal gebraucht? Ja. Bis zu dieser Brücke ungefähr. Ja. Acht Stunden zur Brücke. Das heißt, ihr... Ups. Noch etwas, vielleicht fünf Stunden. Etwas mehr. Zucker. Oh, ich hab daneben geschlagen. Können wir ja nur noch eine Stunde looten, weil dann ist fünf Stunden rum. Ja, wenn wir aber in die Richtung gehen, verschiebt sich das ja wieder. Das ist mir auch klar. Keine Rechnung bin ich nicht dran, gut. Ah, vorbeigeschossen. Oh, da ist ein Metzger. Auf den Metzger hab ich ehrlich gesagt keinen Bock. Da geht doch Traum rum. Ja, mach ich ja grad. Ich hab' ne Angst, ey. Ja, warum rumschleichen? Ah, so rum sollten wir doch nicht, ne? Wird der wechseln, die Waffe? Ja. Wovor der denn die Waffen wechselt, bin ich tot geschlagen. Alter, er auch. Die steht viel zu nah am Baum. Ich muss hier Platz machen. Der kommt zurück, der Metzger. Mal leer. Ab, ab jetzt würde ich zurückgehen. Ah, jedes Mal, wenn ich draufkloppt, läuft der weg. Äh, weg, 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 weg jetzt. Der kommt... Ach. ...in unsere Richtung. Ah, jetzt ist er stehen, gucki. Ja, aber er war jetzt ziemlich nah, deswegen. Oh. Könnte schlimmer sein. Ja, eben. Drei von denen. Genau. Drei. Willst du noch in die... ...garage gehen, oder? Also, die Dings rein? Was man kann? Nee, ich würde sagen, wir gehen weiter Richtung Heimat. Heimat. Willkommen. Ich bin ein Ninja, Baby. Ey. Kloppt drauf. Nochmal. Was war das? Was war das? Ein wirklicher Ninja-Jump, Wunder. Was war das? Das war ja heftig. Hilch. Ähm. Wo die Warnkaufstür sind. Indiab, Baby. Ein Ninja-Jump. Also, hier sind wir hergekommen, glaub ich. Ja, hier sind wir offensichtlich schon mal gewesen, ja. Da ist nämlich schon alles gelootet. Das kann nicht sein. Da war irgendein anderer hier. Echt jetzt? Ja, ein anderer hier. Nee. Komm, Mathe, es gibt zu. Ja, stimmt. Dass du nicht ein Mädchen bist. Weil ich bin. Ich bin ein Peckmann, genau. Komm mal zu mir hin. Setz dich ans Ufer. Du willst es aber wissen, oder? Das ist mir zu gefährlich bei zwei Leuten. Sonst hätte ich kein Problem, aber ihr zwei da, die sagt mir zu gefährlich. Jetzt ist es gefährlich. Scheiße, die Zombies. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Jetzt hat es gerade gerufen. Unverschämt von dem Spiel. Aber da müssen sie sich echt was einfallen lassen. Ja, die Performance von der Grafik Engine ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist de facto so. Weil so viel muss doch hier gar nicht berechnen. So super ist das doch gar nicht. Oder? Mir gibt es keinen Hinterausgang aus dem Grundstück. Ist ein Sackgare. Eine Sackgare. Ist ein Sackgare. Jetzt sind wir alle drei drum herumgelaufen. Ja, zu Tode Grundstück. Ich bin ein paar Äste, der ist auch noch dabei. Vernünftig. Ich dachte, kann man schon mal gut gebrauchen. Ja, bevor wir wieder Tode Grundstück fahren. Warum sonst? Einfach um das Grundstück zu laufen. Da geht es auch nicht lang, ne? Ich nicht? Wir kommen nicht mehr nach Hause. Klar geht es da noch lang. Psst. So, schon passt das. Da geht es nicht lang. Ah, Hackeballchen. Boah, Hackeballchen. Da, hinter euch. Ah, den kennen wir schon. Hackeballchen. Hackeballchen. Da haben wir uns doch sowieso schon gesehen. Hier geht's hoch. Baaah. Hackeballchen. Das ist aber kein Hackeballchen gewesen. Nein, er hat es aber hingelegt. Er war müde. Ist ja kein Wunder, dauernd und tot sein. Das ist ja auch anstrengend. Das war recht. Ja, da kriege ich keinen Schlaf und so. Wieso hast du eigentlich mit dem Messer drauf? Keine Ahnung. Mit dem Schwer geht das auch viel besser. Ich weiß. Habe ich mir auch mal sagen gelassen. Ich hoffe, es war gemützlich. Also du musst mal ein besseres Gespräch mit deinem alter Ego führen und dir mal erklären, das geht so nicht. Oh, er ist fast getötet. Also jetzt müssen wir uns wirklich langsam zurück machen. Das ist 20 Uhr. Ich guck mal auf die Karte, wo wir sind. Ja, ist schon noch ein guter Weg, bis wir da sind. Das stimmt. Ich muss überlegen, dass wir gerade durch die Stadt laufen und noch ein paar Zombies killen müssen. Ja. Das kriegen wir hin in vier Stunden, aber wir müssen noch nicht so weit durch. Okay, alles klar. Komm her! Dann hol sie dir mal. Hast du schon? Oh. Geh da mal weiter. Mein Vater ist relativ weit hin. Ah, der kommt da. Ich habe nur einen Zombie übersehen. Ja, den habe ich nicht übersehen. Wir wollten eigentlich drum herum laufen. Ach so. Aber du lässt dich ja jetzt mal schnell verprügeln, ne? Genau. Hat mein letztes Stück Fleischwink sind sinnvollen, sinnvollen abnehmen gefunden, sag ich mal. Ah, rechts ist wieder so ein Visor. So ein Visor. Was ist so langsam dunkel? Aber schlipp wohl. Ich habe kein Adler gesehen. Ich auch nicht. Nur ein Adlerjäger. Du? Aber wir sind durch die Stadt, Leute. Wir sind durch die Stadt. Alle ja, komm. Wir haben schon 20 Uhr. Ich bin doch da. Hallo. Genau. Du bist nicht Alea. Ich weiß, dass du nicht Alea bist. Nee. Du bist auch nicht Alea. Nein, du bist Aleas Schwester. Nee. Wann ist sie denn hier reingekommen? Ja, die ist irgendwann in TS gekommen. Ja. Hat sich als Matos eingeloggt? Ja. Ja, hab ich. So. So musst du noch mal. Das wird typisch Carina. Ich habe schon ein bisschen Angst um dich, Mathis. Dass du das irgendwann in dein Real Life immer mehr übernimmst. Hier geht's hoch. Nein, der weniger. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, ob du vor wie saß. Hat schon mal einen an der Eule gefunden. Nein. Die Frage kann man ja mal rausgeben in die Community. Man kann von den vielen zuschauen. Ihr spielt ja auch teilweise auch Night of the Dead. Habt ihr jemals eine Eule gefunden? Ich würde ja gerne meinen Infi noch leer machen, bevor das losgeht. Ja, sehe ich genauso. Also ich höre ganz oft Eulen, aber gesehen, zumindestens vielleicht hat man eine gesehen, aber die ist nicht. Die kann man, glaube ich, irgendwie nicht auseinanderhalten. Dein Adler erkennt man den Flug schon durch die Spannmeite, ne? Ja, die Größe, aber... Den, äh... Die Taube oder so erkennt man so... Erkennt man eigentlich relativ schnell. Den Raben und den Spatz, aber... Vielleicht, wenn man mal so'n... So'ne Eule gesehen hat, vielleicht. Wird man sie sogar erkennen. Mhm. Wer? 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 Ja, das hat ich sowieso schon mal sehen. Siehst du? Ja, dann, viel Verlügen. Warum, was will der unbedingt von mir? Du bist das der erste Leckerbis. Ach. 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 Du hast'n Zombie gefunden, ja? Ja, komm. Ach ja, Papa? Ja? Spotify... ...komm ich irgendwie nicht mehr rein. Ähm... Pfff... Keine Ahnung. Mhm. Gar nicht mehr. Ja, das macht Spotify aber übers Handy selber, das liegt nicht daran, aber das ist das schwer. Trotzdem komm ich. Trotzdem komm ich. Als würde jemand einen Spotify versuchen. Ach. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Ach. 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 nicht trägtes Bier oder so. Ach. 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 Jetzt bin ich raus! Du musst richtig sprengen! Ach. Ah ja, du musst mir da was zu essen geben! Ja! Ach yeah! haben wir das wenn du was brauchst du bescheid wenn wir jetzt hier runterspringen kommen wir unten an jetzt habe ich wieder lebensenergie hallo scheiß nachzügler ich glaube schon ja ich bin der schlitzer ich bin weitergehört ja ich hab dem das ist eine wölfe gut darüber reden wir jetzt nicht über kastration oder was genau über kastration möchte ich auch nicht unbedingt reden nicht nicht unbedingt haben wir jetzt die richtige höhe weiß nicht wenn wir selber runter bei 22 uhr müssten aber noch schaffen aber sonst muss man schnell laufen so war sieht aber gut aus sie geht es runter was sie gut aus dass der weg stimmt ich glaube wir sollten die ausdauern als killen habe ich schon ich habe sie schon folge gilt das ding ist irgendwie funktioniert meine w-taste nicht mehr richtig meine w-taste ja ist ja nun ein laptop von 800 euro das ist nicht schlimm da kann man ruhig sagen auch meine w-taste funktioniert mal eben nicht mehr richtig da kann ich doch nichts für nein kannst du gar nichts für das headset hat gerade mal 40 euro gekostet oder 60 oder so hat und den dreh jo ja jetzt warst du gestorben da habe ich hier hängen geblieben bin bin nach oben geschossen worden wieder da ist eine gefährliche ecke hier lauft nur lauft da läuft immer noch ein zombie hinter euch her juckt oh zwei zwei ja einer ist hinter mir her schön dass du dazu stehst du zombie verführer genau genau frage ob ich das bis dahinten schaffe wenn ich energie noch habe da sollte ich ein bisschen brustschwimmen machen ich weiß gar nicht ob das ein unterschied von der ausdauer ist wenn man brustschwimmen oder kaum macht ja ich kann nicht mal reloaden ich habe keine samen mehr auch nicht wir können nicht reloaden ich habe keine samen mhm mhm alles looten und nicht reloaden wollen na klar ja du hast uns die ganzen samen geklaut ne habe ich nicht hm ich brauche keine samen ich brauche keine samen hm 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 weil ich an samen bin genau so stoff gummi öl plastik gummi plastik nägel noch der dünner ist immer der dünner ist dünner ok hat er hat er nicht gesagt nein habe ich so nicht gesagt nein dann habe ich das nur so verstanden wahrscheinlich sogar verstehen wollen habe ich den eindruck so ein bisschen was klopft da ja was geht ab bei mir nicht aber theoretisch dürfte sie nicht angehen also irgendwas ist da die kann vorsieht sondern die normale ist so dankeschön korona korona Das war Koronis. Koronis, ja, aber Koronis habe ich noch nie gehört. Koronis? Ja. Papa, was hast du denn gemacht? Was? Papa hat... Koronis. Papa hat dicke Koronis. Ja, das müssen wir jetzt aber nicht vertiefen. Nein. Da ist schon wieder so viel Munition, ne? Ich weiß total, was du meinst. Ich weiß total, was du meinst. Habe ich hier alle her? So, mal gucken. Ja, ich lerne jetzt erst mal. Was könnte ich denn noch? Mein Wirker. Meine Expert. Habe ich doch gleich mal ein paar Levels hier gemacht. Ich denke mal, das ganze Rohfleisch habt ihr alle reingetan, ne? Wirken. Ich denke mal, das war das Haus. Wirken. Wirken. Das war das. Wirken. 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 so geht los startet ja aber das bedeutet für euch da draußen bevor es hier richtig los geht eine neue folge bis morgen tschüss